Sehr gut! Unsere erste Ernte! Haltet das Schaf auf! Geil! Schön abernten! So! Das haben wir noch nicht gelernt, ist uns aber egal! Einfach nur geil! Die erste Ernte ist fertig, ich bin so stolz auf meine Zwerge! Interessiert noch Eisen- und Holz-Technologie Sind fleißig dabei die beiden! Moment! Hab da jetzt diese... Wo ist es? Da! Genau! Haben wir schon einen Schmied? Sehr geil! Du kriegst die Schmiedeschütze! Und du bist ein Jäger! Müller! Bogenschütze! Kletterer! Müller! Holzfiller! Magier! Bergarbeiter! Ja! Du kriegst... Nee! Vielleicht doch nicht! Müller! Ja! Du bist hier der... Eigentlich ist es auch... Nee! Du kriegst den Sack! Den Rucksack! Wer ist der Kletterer? Du bist der Kletterer! Du kriegst die Steigeisen! Oder? Was machen die? Sägenzbein klettern! Ja! Du kriegst die! Jäger! Kletter! Schwimmen! Wischen! Passt! Warum ist... es wird angegriffen? Achso... Ahhhh... Jetzt... Nuh! Er buddelt nach unten!!! Haltet es auf! Hm... Macht natürlich keiner! Wieso kommt hier so ein Zeug? Hier ist doch überall Licht! Meine Fresse! Ah! Irgendjemand muss das Vieh hier aufhalten. Es macht Unsymmetrie in der Erde. Los. Nee, das ist... Da, wo es leuchtet. Da musst du graben. Oh ja, drängt ihn in die Ecke. Macht ihn fertig. So geht's dann am besten. Dann kann ich hier unten wieder dicht machen. Obwohl. Hm, doch, passt schon. So, hier kommt nochmal Licht hin. 1, 2, 3, 4. Da, wo es leuchtet, muss Licht hin. 1, 2, 3, 4. Da. Kommt nochmal Licht hin. Passt. So. Ja. Somit haben wir das hier auch beendet. Jetzt können wir Flaschen herstellen. Glas und Ton. Und Bögen. Sehr gut. Wir müssen unbedingt ein paar Bögen herstellen. Bögen und Feuerpfeile. Fertigen. Bögen. Machen wir am besten... 2 Stück. 3. Drei mal Bögen, Feuerpfeile, sechs Federn, machen wir mal Glas, Kohle brauchen wir für das Glas, okay, und Sand, meinetwegen, eins, zwei, drei, vier, fünf, machen wir mal 20, Hornzauber, was macht der Hornzauber eigentlich, Rufzwerge zu einem bestimmten Ort, nice, Stahlkeule, 20, hmm, kann man ja mal eine herstellen, Feuerpfeile, ach komm, machen wir ein paar Stück, wieso auch nicht, zweimal, oh, man kann zehn Stück Instagrams herstellen, passt, denn noch Öl, ja, Ton, aus Wasser und Erde, hm, gut, das haben wir jetzt auch erforscht, perfekt, das bedeutet, wir können bessere, ne, ist noch nicht freigeschaltet, dafür muss ich das erst freischalten, oh, Mann, Handschuhe des Bogenschützen, stimmt, da war ja was, Handschuhe des Bogenschützen, Leder, Leder, wir haben kein Leder, das würde Leder bringen, machen wir es mal, mit diesem Portal geht's, sollte es gehen, da ist schon der erste Jäger, macht es platt, das Huhn wird auch zerlegt, sehr gut, gibt Federn für unsere Pfeile, oh, ja, kein Tier, das, geil, passt, läuft, dann können wir auch gleich das hier alles abernten und das Huhn noch mitnehmen, wenn man schon dabei ist, und Wasser sammeln, oh, das ist jetzt blöd gelaufen, das Huhn lebt noch, was war denn das eben, und Bauchklatscher, wie bitte, du warst doch gerade im Angriff, unglaublich, ernsthaft, ist doch nicht dein Ernst, was du gerade abziehst, man, 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 wer kümmert sich um das Huhn, naja, irgendjemand wird das schon mal machen, ähm, okay, das kann zugemacht werden, das ersetzt, du bist angegriffen, oh, naja, und jetzt auch der Zombie, das heißt, die Viecher sind wieder unterwegs, ja, da unten ist er schon, nö, kommt nicht hin, passt, das Schaf ist auch schon dick und fett, das nehmen wir mal, die Schnecken machen wir auch mal ein paar platt, geben uns bisschen Stuff, wieso nicht, hm, lass mich raten, die Bögen sind noch, ja, die sind noch in Bearbeitung, hm, er ist verwirrt, ja, es ist noch ein bisschen buggy, nur ein bisschen,